Doch, oder? Doch, du bist der einzige... Oh, ich hab den Drop bekommen! Ich hab den Kill bekommen! Ja klar, weil die Flammen... Weil die Flamme C3 auch gerade gestoppt... Achso, ich dachte, das ist... äh... Ach, was mach ich denn? Also ich vertausche sie immer. Flamme Vokalor, Flamme C3. Ich kann die nie auseinanderhalten. So... Wie weit ist der Flamme Vokalor? Okay. Ähm... Ich weiß nicht mehr, was man danach braucht. Ähm... Was ist eigentlich so die effektivste... Instanz, also wo man sagt, jo, das lohnt sich richtig? Ähm... Tempel... 130 plus 135. Okay. Aber das hier lohnt sich eigentlich auch, eine Arbeit, das ist halt zu anstrengend, oder? Also ja, das lohnt sich auch richtig, aber dauert halt, ne? Siehste, ja. Wie viele Leute sind wir überhaupt? Also... Neun, glaube ich. Neun? Ja, neun. Und das dann. Wo bist du überhaupt? Ach, da! Ein bisschen abseits bin ich. Das ist gut. Mhm... Ehhh... Ehhhhhh... Ehhhhhh... Eeeehh... Mach ich auch so So jetzt kommt der Boss, ne? Also danach Kein Last Hit machen, kein Last Hit machen Scheiße, Scheiße, ja, stimmt Boah, hab nichts gemacht Ich weiß nicht, was getroppt ist, oder ist das irgendwas getroppt? 42 aus Plünder den mal Mach mal Plünder Auf wen? Auf den mechanischen Feuerkämpfern Hab ich gemacht Jeder eine ist geplündert Der andere auch geplündert Ja Ich bekomme nie einen Drop-Up Aber warum auch? Ich bin ja nicht in der Gilde Oder wie ist das? Weil einige bekommen jetzt Zufällig Die Drops kommen ins Gilde Und dann kommen die an die Leute, die Punkte haben und die es benötigen Ich benötige eine neue Waffe Kriegen wir das irgendwie hin? Du hast eine gute Waffe Ne, ich will eine bessere Ne, Karren oder so Du kannst nur Karren haben Ja Aber wir haben aber kein Karren statt Ne Was habt ihr denn so derzeit so Keine Ahnung Die müssen übrigens gleichzeitig sterben Achso Warum? Ist wie bei Schleimkaisers und spawnt der andere wieder Der, der den Dipper hat, nicht angreifen Willen nicht angreifen? Der, der den Pfeil auf den Kopf hat, nicht angreifen Warum nicht? Weil der noch leben soll Muss sagen, wann die aufhören soll, ne? Der darf nicht sterben Jetzt kannst du einfach umhauen Jetzt sind sie gleichzeitig Oh, Karte Hast du die Karte? Oh Die sammel ich ja nicht auf Die sammeln ja die auf Ach, kühn Die gehören ja alle zu uns Jetzt kommt der Boss Du bist übrigens auf maximaler Reichweite beim Boss stehen Sonst kriegst du die Laser ins Gesicht und fällst um Okay Okay, ich versuch mal Bleib einfach erstmal hier vorne stehen Hier Da, wo Oh Deko steht Havanas, hab ich noch nie gesehen Außer hier Wo soll ich stehen bleiben? Komm her Hier, erstmal hier stehen bleiben Da, wo Da stehen bleiben Bis er den Boss hergezogen hat Macht erstmal Laser Boah, krass Denn die One-Hit-Nie-Joh, ne? Ja, der Laser One-Hitted Alles klar Ja, One-Hitted fast eben Er hat gerade gesagt Komm mit, fettes Ding, du So, wer hat gesagt Jetzt kannst du dich auf maximaler Reichweite Hinstellen und Detos draufklatschen Ähm Ich hab irgendwie Respekt vor Die Lasern Ja, wir stehen nicht gut Wegen den Lasern Äh, wegen dem Lavaschattensuchung Nicht wegen den Lasern Wir hätten uns besser hinstellen müssen Alter Ja, die Mobs nerven Renn einfach ein Stück weiter Dann laufen die weg Wenn du sie nicht anhittest Laufen die weg Du darfst die Mobs nicht hauen Okay Warte, ich renne mal ein bisschen Laufig, ne? Noo Achso, der Phora-Häuptling Rennt der hinterher Alter, ist das nervig Meine Güte, ey Jetzt ist er weg Sehr gut Ich komm jetzt So Oh, jetzt kommt der wie Nee, ich jetzt hab Der geht nicht auf dich Achso, ja, ich dachte schon Du stehst zu nahe Lass dir OE sein Du ziehst nur die Mobs aggro Oh, das nervt so was Er kämpft da mit den Mobs rum Nee, die kämpfen doch mit mir rum Einfach nur Einfach nur Hinstellen Nee, 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 nee Du meinst Ah, das war aber Also Oh, haar scharf Du, krass Weihnachtscover Wow Mit 20% Wie? Im Shop Weihnachtscover? Warte mal Da muss ich Achso Ich guck mal kurz Oh, festiges Winterkostüm Oh nein Wir wurden alle weggeschubst Er hat's kaputt gemacht Er hat sich bewegt Konu Oh Ich hab Lava Schaden Haut der doll rein Ja, ne? Der Lava Schaden macht den Schaden Nicht der Boss Achso Was hat Happy für ne Waffe Weil der so schnell ist Schnell? Also schnell schießt man nicht Achso Chemibogen Oha War's nicht der schnellste Das ist der schnellste Bogen im Spiel Der hat ja nicht mal Seinen schnellen Angreif Waffe gedöhnt Drin Geschwindigkeit der Natur Aber er hat schon so ein Dings drauf Increases Attack Speed Ja, das ist von dem Sockel Und dennoch diesen Skill Oh krass Das haut der richtig rein Ja, das ist von dem Das ist von dem Das ist von dem Ja, das ist von dem Das ist von dem Ja, das ist von dem Wird irgendwie ne Kiste gedroppt? Nö, ne? Der droppt an sich halt. Karten droppen und Oberteile und Waffen. Die Waffe, die du anhast, kann der droppen. Ja? Ja. So, ich hör mal auf, ne? Ja. Nee, wer hat die Stab? Der da? Ah, okay. So, er hat'n glatt die Hose gedroppt. Nice. Alter, 49 aus. Scharfschützenhut, der ist geil, der Hut ist richtig geil. Der Hut, der geht. Der Hut, der geht. Der Hut, der geht? Der ist doch grotten schlecht, oder nicht? Wo ist es? Der ist doch hier im Magierhut, oder nicht? Nein, Scharfschützenhut. Ja, das war'n Spaß, aber wie in den Skills. Das ist ja in 60 und Con. Achso. Geh mal deine Quest abgeben. Und dann? Ja, kriegst du EP. Achso. Warte kurz. Mensch. Wo muss ich die abgeben? Ja, das wird manchmal nicht angezeigt, das Kuh. Achso, hier. So, gehen wir das mal ab. Boah. Boah, drei Prozent. Krass. Krass. Jetzt brauch' ich Eisshydra. Ja, das ist der zweite Raum. Achso, ich nehm' mal trotzdem an. Kann ja sein, dass wir nochmal reingehen, ne? So, Julian und ihr Lieben. Ich würd' sagen, das war mal ne schöne Runde. Hat Spaß gemacht. War wieder mal was Neues, ne? Ich bin ja auch gar nicht gestorben, was auch mal gut ist, ne? Nein, gar nicht. Nein, ähm. Na gut. Äh, ja. Mach's gut. Bis dann. Euer Sibi und der... Julian-Mann, musst du sagen. Nein, dann. Guck mal, guck mal. Uuuuuh. Dates. Na gut, dann. Das Dates. Dann. Tschüss. Und ciao.